Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier für 6.0, doch mehr oder weniger. Wir sind gerade, das sieht man vielleicht im Hintergrund, auf MagShar unterwegs. Denn auf MagShar gibt es auch noch ein paar Sachen, die wir zu erledigen haben. Und eine Sache werden wir jetzt in diesem Video hier tun. Und zwar werden wir uns den einen Erfolg holen. Und das ist der Sightseer, also der Besucher, der eben ein bisschen Sightseeing betreibt, ein bisschen sich die schönsten Ecken von MagShar anschaut. Dafür müssen wir insgesamt 7 Punkte finden, um die gesamte Tour sozusagen abzuschließen. Müssen wir 7 verschiedene Sachen finden. Und genau das machen wir jetzt. Ich stehe jetzt hier schon kurz vor der 1. Das heißt, ich mache mal das Interface an. Wir werfen dann natürlich einen Blick auf die Karte, sodass ihr ganz genau wisst, wo ich bin. Ich bin in 3 Points, sehen wir hier oben, und zwar im Bazaar. Und zwar genau, wenn man hier reinkommt. Hier ist die Kantine, Slugfoil-Kantine. Dann geht man hier unten runter. Hier ist auch der Gleiter für die Kantine. Dann geht man hier über diese Brücke und kommt hier nach 3 Points. Man kann hier auch diesen Gleiter nehmen nach 3 Points Taxi. Funktioniert auch. Dann müssen wir aber hier außen rum laufen. Hier rein den großen Hauptweg, der hier als einzeln so durchgehend markiert ist. Und wir müssen, wenn wir von hier kommen, einfach nur auf diesen Block hier zulaufen. Das ist der große Block hier vor uns. Und da vorne dran steht ein Terminal. Das nennt sich Ultra Deals. Und hier können wir ein bisschen schauen, was es denn gerade für Deals gibt. Und damit haben wir den ersten Punkt gefunden. Und es sind nur noch 6 weitere, die wir finden müssen. Dann müssen wir einfach uns umdrehen. Fahren über die Brücke zurück. Und gehen auf der anderen Seite dann in die Kantine rein. Das ist also relativ um die Ecke. Und dort werden wir dann gleich den zweiten Punkt finden. Oder die zweite Sache finden, die man auf jeden Fall mal getestet haben soll. Wenn man auf McShaw unterwegs ist. Dafür geht es hier rein. Und dann müssen wir an der Bar hier ein McShaw Meltdown trinken. Machen wir doch mal. Zack. Weg damit. Gut, ausgezeichnet. Zweiter Teil ist auch fertig. Und dann müssen wir im Endeffekt, wenn wir schon mal hier sind, eigentlich auch noch eine Runde tanzen. Ist ja eigentlich klar. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Die Tanzfläche müsste... Auf welcher Seite ist die denn? Das ist doch hier die Tanzfläche eigentlich. Können wir auch mal reingucken. Äh, ins Vermächtnis. McShaw. Müsste man das finden. Der müsste ja schon freigeschaltet sein. Der Volk. Exploration. Ne, da fehlt es noch. General hier. Das ist... Browsteels. Okay, das müssen wir noch zweimal machen. Das kriegen wir aber auch hin. Cantina Dancefloor haben wir gemacht. Make a Wish at Watering Hole hatte ich auch schon mal in dem Video gemacht. Machen wir gleich, aber trotzdem nochmal. Wir sind also jetzt auf dem Dancefloor auch gewesen. Das ist jetzt hier gerade der Fall. Dementsprechend... Warum mache ich jetzt das Lichtstrecke zu? Achso, wegen Z. Ja. Ist klar. Gut, das hier ist also der Dancefloor. Wenn wir hier einmal, äh, die Tanzfläche, wenn wir hier einmal drauflaufen, drüberlaufen, dann dürfte sich das auch auslösen. Dann passt das auch. Gut, dann müssen wir wieder, äh, jetzt ins, äh, Startgebiet zurück, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns auch gleich dort wieder. Beziehungsweise, ne, wir können... Wir können hier noch erstmal etwas machen. Wir gehen mal hier raus. Da unten ist ja auch ein Dadakron. Da unten irgendwo. So, da. Wir gehen aber mal hier drauf. Und laufen mal ganz nach hinten durch. Da sehen wir schon. Da ist eine Tafel. Die müssen wir natürlich auch mal anklicken. Und damit kriegen wir hier Hutfall Commemoration Plague. Da kriegen wir also ein... Äh, ja... Eine Übersicht darüber, wie das Ganze gelaufen ist hier, als die Hutten von Meksha vertrieben wurden. Und dann gehen wir hier nochmal ein Stück weiter. Und jetzt ist es wichtig, dass wir ein, ähm, ein Makrofernglas haben. Denn, wir schauen mal in den Erfolg rein. Hier finden wir Visit Original Towntown Steak & Co. Ein Scan. Und das sieht doch noch Towntown Steak & Co. aus hier, weil da ist ja ein Towntown dargestellt. Jetzt brauchen wir die Makroferngläser, um das Ganze zu scannen, weil die Tür ist zu. Wenn ihr die Makroferngläser nicht habt, die findet ihr normalerweise im Inventar unter Missions-Items. Da sind sie. Dann müsst ihr einfach mal auf der Flotte Ausschau halten. Da stehen kleine Druinen rum. Einer davon gibt euch eine Mission. Das steht dann auch direkt dran am Druiden. Ähm, Makroferngläser. Dann müsst ihr die Mission annehmen. Einmal kurz nach Drum und Kars, beziehungsweise Korriban. Und anschließend, wenn ihr auf Drum und Kars und Korriban wart, müsst ihr die Mission nicht weiter verfolgen. Ihr könnt sie auch löschen. Dann habt ihr auf jeden Fall diese Makroferngläser. Genau die nutzen wir jetzt. Das heißt, wir setzen sie einmal ein. Und scannen hier Town-Town Steak & Co. Original. Zack. Das haben wir also auch. Und damit bleiben, wenn wir hier mal reingucken, eigentlich nur noch offen das hier. Make-A-Wish machen wir natürlich auch noch. Und wir müssen noch Browse-Deals machen. Gut. Das heißt, wir können erstmal zurückgehen. Bei mir hat sich der Sound jetzt gerade abgeschaltet. Ist auch toll. Performance hier ist natürlich noch unter aller Sau. Aber wir können mal nochmal fix rüber gehen nach 3-Points. Und das Ganze nochmal browsen. Also nochmal nach den Deals schauen. Damit haben wir Nummer 2. Und damit haben wir Nummer 3. Town-Town Steak & Co. Kamen da auch gerade Werbung für. Jetzt müssen wir reinschauen. Und wir haben das fertig. Dann würde ich sagen, geht's hoch ins Startgebiet. Das heißt, wir gehen in die Red Zone. Und hier müssen wir ebenfalls was scannen. Das heißt, hier brauchen wir nochmal die Makro-Ferngläser. Brauchen wir also insgesamt zweimal hier auf Make-A. Wir wollen jetzt Last Chance Pier auf diese Gerade hier vorne wollen wir. Das heißt, da laufen wir einmal fix außen rum. Und dort finden wir dann Friendly Front. Auch einen Laden, der allerdings zu ist. Den wir allerdings einen Besuch abstatten sollen. Dementsprechend gehen wir da mal kurz hin. Das ist, muss ich gerade gucken, der hier. Damit Makro-Ferngläser an. Durchgeschaut, sehen wir ihn. Da ist er. Friendly Front, Dockside Inn. Also wie ein Pub. Und damit haben wir jetzt schon den Sidesier. Allerdings fehlt euch jetzt höchstwahrscheinlich noch einer. Und das ist der Make-A-Wish. Und den holen wir uns jetzt. Das ist... Muss ich gerade mal gucken. Das müsste hier am Back-Alle sein. Wollen wir mal schauen, ob das jetzt gestimmt hat. Sanitation Access. Drift Squad hier. Nein. Dann porten wir uns weiter. Dann ist es das hier. Hoffentlich. Sehen wir ja dann gleich. Das sieht gut aus. Da stehen wir auch jetzt direkt am See schon dran. Hier müssen wir also hin. Das Ding nennt sich hier an der Stelle Roadwalk Mad Center. Und genau hier wollen wir hin. Wir wollen allerdings... Na, wo ist er? Da vorne ist er, ne? Auf die Seite hier oben. Da steht das Terminal. Und das müssen wir einfach bloß einmal anklicken hier. Und dann haben wir es auch schon. Das leuchtet natürlich blau, wenn ihr das noch nicht habt. Ich habe das jetzt. Dementsprechend leuchtet es bei mir ja nicht mehr. Aber ich zeige euch auch nochmal die Karte hier. Hier genau auf der Oberseite von dem See. Zwischen diesen beiden Überdächern hier ist dieses Terminal zu finden. Das klickt ihr an. Und dann... Das war schon wieder die falsche Taste. Haben wir den MagShar Sightseer auch abgeschlossen. Das wird es gewesen sein mit diesem Video. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Wünsche euch viel Spaß beim Sammeln dieses Erfolgs. Und dann sehen wir uns wieder in einem der nächsten Videos. Mein Name ist Theodor Lohr. Und ich bin raus. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.